Benjamin Baumgartner, 7-3-Sieg, Heimsieg gegen EFAL Zug, gegen Amtierenmeister, Standing Ovations von der Ränge. Das muss gut tun. Ja, das tut gut, vor allem mit dem Selbstvertrauen. Mein Bewusstsein, das ist ein wichtiges Spiel. Sie sind in der Nähe von uns. Wir brauchen diese drei Punkte, damit wir in der Tabelle aufklettern. Das war ein wichtiger Sieg heute und der tut gut. Und dann geht auf diese Art und Weise. Und ihr selber habt auch getroffen, zum 1-0. Ein Vierspiel-Tore-Streak für Sie persönlich. Auch das, nach dem Beginn der Saison für euch schwierig. Jetzt 4-Spiel-Tore-Streak. Mit Fuss und Ennis in der Linie funktioniert es. Auch das tut nicht schlecht. Ja, die Linie funktioniert gut. Wir sind zwar alle drei nicht der Grössten, aber wir harmonieren gut. Wir wissen, wo wir stehen. Und wir haben zurzeit eine gewisse Lockerheit. Und ja, es ist schön, dass es so gut für alle funktioniert. Vielen Dank. Danke für mich.